Du hast die Zukunft noch nicht abgeschrieben? Du interessierst dich für neue Technologien und neue Ideen, die die Welt besser machen können? Und du willst auch mal darüber debattieren, aber ohne den Lärm in den sozialen Netzwerken? Dann bist du bei 1.9 richtig. Werde Teil unserer Community und unterstütze engagierten, unabhängigen, passionierten und manchmal auch ein bisschen nerdigen Journalismus. Über Zukunftstechnologien, über neues Denken, über Wissenschaft, Kunst und Kultur und auch Science Fiction. Es ist an der Zeit, uns und die Welt neu zu erfinden und dazu will 1.9 einen Beitrag leisten. Hinter 1.9 steckt kein Verlag und auch kein Investor, sondern ein ambitioniertes Team von einem kleinen Startup. Wir ballern dich nicht mit nerviger Bannerwerbung zu, wir respektieren deine Privatsphäre und wir setzen nicht auf billige, schnelle Klicks. Und deswegen brauchen wir deine Unterstützung, um 1.9 möglich zu machen. Ich bin Mitglied bei 1.9, weil es inhaltlich und redaktionell sehr gut kuratiert ist. Weil ich das richtig, richtig cool finde, so viele unterschiedliche Tech-Affin-Leute unter einem Dach zu treffen. Weil ich so stets über die neuesten technischen Entwicklungen informiert bleibe und gleichzeitig alles, über die damit zusammenhängenden sozioökonomischen Verflechtungen erfahre. Ich mag es, wenn Leute mit Medien experimentieren und 1.9 ist für mich ein sehr gelungenes Experiment. Es gibt tatsächlich niemanden, der so spannende, gut recherchierte Artikel schreibt, wo man sagen kann, Mensch, das habe ich noch nicht gelesen, das habe ich so noch nicht gesehen und gehört. Ich mag Technologie und ich mag einen wachen, kritischen Blick auf Gesellschaft und bei 1.9 finde ich beides. Weil ich es super wichtig finde, sich über die Zukunft und vor allem über die Rolle der Technologie in der Zukunft zu unterhalten und vor allem zu diskutieren. Weil ich hier jeden Tag etwas Neues über die Zukunft erfahre und wie wir sie gestalten können. Und deine Unterstützung wird natürlich auch belohnt. Als 1.9-Mitglied bekommst du exklusive Newsletter in deinem Postfach. Du bist bei digitalen und analogen Events dabei. Da kannst du Vordenkerinnen und Visionäre aus der ganzen Tech-Szene treffen. Und natürlich kannst du dich dann über unsere Online-Plattform mit anderen vernetzen. Du kannst mitdiskutieren und mitmachen und eigene Beiträge publizieren. Mach mit bei 1.9. Wir freuen uns auf dich. Mach mit we liegt. Fг' mit! Mach mit b ещё! Mach mit bühn!